Schmerzen sind eine Frage des Willens. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. War ja ein voller Erfolg. Verlass dich. Wir müssen besser werden. Ich höre nicht mehr auf. Ich hab... Ich höre nicht. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordar ist frei. Ach, das ist unsere Hütte? Keine Ahnung. Ist da irgendwo ein Truhen los drin? Oder? Nein. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich höre nicht mehr. Ich höre nicht mehr. Ich höre nicht mehr. Ich höre nicht mehr. Alles alles. Die Schutzgeld sind immer nicht. Wir können uns auf und selber aufpassen. Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Süd-Tor gehen, auf keinen Fall durchs Nord-Tor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Süd-Tor, wo ist es? Wir gehen einfach hinten raus hin. Warum passiert so? Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, und die Sache mit dem... Gut. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? So, wir brauchen einen Spaziergang. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. So, gut so. Oh, der ist aber langsam. So können wir ja nie in den Sinken lager. So, Paco hat sich erholt. Nachdem wir ihn ausgeraubt haben. Dann bleibt du denn? Man stop root. So wäre das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hi, ich bin neu hier Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier war die Schmiede So, hier wäre es kein anderes So, da haben wir uns zu verlaufen So, hier war die Schmiede, 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 die Schm